Was ist denn? Wo sind denn deine Probleme? Möchtest du mehr Probleme? Hier bin ich. Entschuldigung. Kommt definitiv nicht wieder vor. Ich will mich definitiv nicht jetzt direkt vor deinen Augen umziehen. Nein. Hallo, ich bin eine Lady. Jetzt sind wir definitiv keine Lady. Ja, hol dir deinen Bogen. Ich glaube, der ist doof. Nee. Ich will doch nur töten. Ah. Ne, verpfeift euch doch. Löscht euch. Lasst doch da ein Schild fallen. Ich glaube, das wird er nicht machen, weil er so einen Hosele hat. Sehr schön. Jetzt können wir mich gar nichts mehr. Ich kann blocken. Ich möchte in diese Spalte da. That's what he said. Ich tage mich einfach als Frosch. Niemand wird mich hier entdecken. Denn ich bin ein Ninja. Ninja. Sah irgendwie nicht so hoch aus aus der Ferne. Na gut, Sterne sehen ja auch nicht so groß aus aus der Ferne, nicht wahr? Ja. Ja, 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 genau. Valdrada hat mich nicht gehört. Valdrada hört auf niemanden, denn sie ist Valdrada. Endlich raus aus der Frauenkleidung und... Haltet die Kuschen! Na los. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich bin unsichtbar. Ein Ninja. Ninja. So, das ist ein Anfängerpferd. Pferd. F-E-R-T. Ich bin es. Der unsichtbare Reiter, denn ich bin ein Ninja. Äh, hi. Kletis Empfehlungspunkte 3 von 5. Danke, das war ja sehr informativ. Sie sind nachts, aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Im Wald, aber auch an jedem anderen Ort. Wollen sie uns helfen? Oder töten! Schön, dass ich helfen konnte. Bye. Achso, du kannst einfach rauflaufen. Ja gut. Ich wollte schon zu einem Spezialmanöver ausschwenken. Einfach mal auf diesen Hügel. Du kannst das. Ich glaube an dich. Denn was Skyrim-Pferde können, kannst du schon lange. Siehst du, es geht doch. Ist doch einfach. Was stellst du dich denn so an? Seit wann können die das? Na, jetzt bückst du mich nicht auf. Äh, aus. Einfach weiter. Einfach weiter. Also, das ist die richtige Richtung, Pferd. Einfach weiter. Spezialmanöver. Das ist meine spezielle Reittechnik. Von meinen Anverwandten von vor 100 Jahren weitergegeben. Okay, anders. Ja, schön, dann lösch dich doch. Ach, das geht 6 Minuten 40. Oh, nee. Das dauert mir zu lang. Für jetzt, meine ich. Aber ich behalte mir den Tab offen. Ich behalte mir die Webseite offen. Nicht, dass wir hier über einen Klarspüler reden. Unsichtbar. Na los, tu mir mal weh. Dann hab ich's aufgenommen. Ausgerechnet jetzt muss ich an die Inkompetenten geraten. Ja? So, so funktioniert das mit dem Schirm nicht. Besser was, lösche dich doch. Grüße. So. Voraus ist das Schild. Nein, nicht gerade hier. Wegwerfen. Oh nein! Der Octorok ist mir zu mächtig. What should I do? Danke! Wo ist der hingeflogen? Ah. Nein, nicht verbrennen, bitte. Goddammit! Der war aus... War der aus Holz? Wieso ist ein Schild aus Holz verrostet? Also, was hab ich denn diese Aufnahme jetzt hier gemacht? Ich habe nicht demonstriert, dass wir die Ausrüstung wieder aufwerten können. Ich habe nicht demonstriert, wie der Schild funktioniert. Was habe ich überhaupt aufgenommen? Das ist nicht die richtige Kleidung für ein Pferd. Äh, ich meine, für die Umgebung. Natürlich, das ist das, was ich gesagt habe. Schreit mich doch nicht an! Ah, verstehend. Okay. Ja, Physik. Mhm. Ich bin begeistert. Was? Ich hab nicht losgelassen. Deine Mutter hat losgelassen. Los, mach schneller. Ich möchte schon wieder Unreal Tournament spielen. Alter Umschlagplatz. Ja, der sieht in der Tat sehr umgeschlagen aus. Da hat sich jemand richtig Mühe dabei gegeben. Mensch, wer hat denn diese Ladezeiten einprogrammiert? Wissen die denn nicht, dass Leute Ladezeiten hassen? Hm. Ich dachte gerade, dieses Schild wäre eine Person. Ich hab mich von dem Schild erschreckt. Aber erzählt das niemandem. Welche Unterhaltung oder Arbeit bespaßt gerade euer Leben? Tja, wieso ist da kein Überspringenknopf für Ladezeiten? So, hoffentlich irritiert mich jetzt der Schild nicht. Nein! Jetzt irritiert mich gerade alles. Fangen! Wirklich. Nachdem ihr saht, dass ich Wächter erledigte, ja? Vielleicht haben sie auch nicht gesehen. Sie haben nur ein Auge. Sie sind quasi fliegende Piraten. Du bist erst ein Pirat, wenn du noch ein Auge hast. Ich werde mir die Sternschnuppe nicht mehr holen. Es wird in unserem Leben noch sehr viele Sternschnuppen geben. Andere Asteroidengürtel haben auch schöne Sternschnuppen. Und das Leben ist wie eine Schachtel Sternschnuppen. Du weißt eigentlich immer, was du davon hast. Du weißt, dass ab einer bestimmten Größe deine Sternschnuppenpraline große Teile der Welt ausradieren kann. Ist das nicht schön? Hey! Hey! Wächter! Hey! 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 Ich will dich bluten! Hey! 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 Ich freue mich schon darauf, wenn unsere Politiker endlich mal das Internet entdecken. Das Erste, was sie sagen werden, ist... Okay, ich bin bereit fürs Internet. Schließt mich an! Baut mich um! Oh, was? Wo? Was? 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 Alles okay. Wir haben uns alle lieb. Ich bin eins mit der Natur. Ein einsamer Wächter. Läuft durch die Steppe und sucht seine Beute. Verloren scheint er, so einsam, auf der Suche nach dem, was ich bereits nannte. Ah, der Wächter in freier Wildbahn. Nichts kann ihn hier stören. Sicher fühlt er sich an der Spitze der Nahrungskette. Ich will doch nur schreien, gib mir doch nur ein Schreien. Sonst muss ich weiter schreien nach einem Schreien. Double Rainbow! Ah, das muss ich aufnehmen. But what does it mean? Ist es noch der gleiche Link, wenn er so auseinandergenommen wird? Oder ist es ein Klon und der echte Link ist schon lange tot? Hm. Oga, aber es ist Magie und natürlich lebt er noch. Oder aber, das interessiert keine Sau, weil es ein Videospiel ist. Ah. Die Ogarina of Time Flashbacks. Was ich nie spielte, ich wollte einfach nur cool sein. Warte, Farodra. Warte. Du edle, majestätische Kreatur der Winde. Erhöre meinen Ruf. Zapp. Ja. Zapp, zapp. Du, du darfst dich bewegen. Es steht dir frei zu tun, was du möchtest, Bombe. Es ist dein Leben. Klar, wer Englisch nicht versteht oder nur sehr schwer, der soll vielleicht mal Englisch lernen. Ich hab den doch schon mal gesehen. Ich weiß doch, dass er hier irgendwo ist. Nein, ich will nicht übernachten. Übernachte du doch. Heirate doch die Übernachtung, wenn du sie so sehr liebst. Was wollt ihr denn von mir? Boop. Rette uns, wir brennen. Kann man sich in dieser Rüstung an irgendwas anschleichen? Ich versuch's mal. Klunk, klunk, klunk. Ist der Weg jetzt frei zum Geheimnis des Helden? Bestimmt das peinliche Foto von der letzten Weihnachtsfeier. Pff, uuuh. Das letzte peinliche Foto von der letzten Weihnachtsfeier von vor 100 Jahren. Pff, uuuh. Haben mir schon länger nichts mehr zu essen gemacht. Im Spiel als auch in der Realität. Ist ein Spiel nicht auch irgendwo eine Realität? Spiel ich's nicht gerade? Muss ich nicht in der Realität sein, um es gerade spielen zu können? Gut, dann anders. Sportechse. Moblenhauer und... Und so ist es. 30 Minuten? Okay, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Sehr viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt machen werdet. Selbst wenn es nicht sehr viel mit Spaß zu tun haben wird. So potenziell. Aber, wenn man Spaß bei einer Sache hat, die normalerweise keinen Spaß macht, dann ist das was Gutes. Okay, bis zum nächsten Mal dann, oder? Bye, ihr Lieben. Bye. 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 Bye.